Es ist soweit. Prophets of the Dark Side. Der sechste und letzte Band der Jedi-Prince-Reihe. Es ist endlich geschafft. Alle sechs Bände sind durch. Von dieser Reihe, die es sich... Naja, ich würde sagen, es hat sich halbwegs gelohnt, sie zu lesen. Einfach nur, weil es durchaus unterhaltsam war. Aber das hier ist jetzt der letzte Band, da kommen wir schnell zur Story, bringen wir das sofort hinter uns. Hier wird quasi... Alle Handlungsstränge werden abgefertigt. So im Schnelldurchlauf, weil 90 Seiten... Ja, müssen wir ja in die Gänge kommen. Die Story rund um Triclops, den mutierten Sohn von Palpatine, wird abgeschlossen. Wir bekommen die Enthüllung. Er ist Kens Vater. Das macht Palpatine zu Kens Großvater. Disney! Kreative Freiheit! Ray Palpatine! Der Aufstieg Palpatines! Entschuldigung. Ja, aber seid ihr nicht froh, dass dieses dämliche Element endlich aus Star Wars weg ist? Das Palpatine ein Enkelkind hat. Wie dämlich ist das denn? Wir bekommen hier auch eine Auflösung rund um Kadan, den Propheten der Dunklen Seite und seine Anhänger. Wenig spektakulär. Sie werden in der verlorenen Stadt der Jedi unter Javin 4 eingeschlossen und kommen da vorerst nicht mehr raus. Ich hätte mir da vielleicht etwas Spektakuläreres erwartet, aber okay. Triclops flüchtet übrigens. Also er verschwindet spurlos. Er hinterlässt Ken eine Nachricht und ist dann weg. Triclops ist ja wie gesagt tot. Im vorigen Band schon angeschossen und hier hat er noch einen kleinen Cameo zu Anfang, aber dann stirbt er. Ah, den Bösewicht der Reihe vor dem Finale umbringen. Na, wer macht denn so Unsprachsinn? Und schließlich, das letzte, was abgeschlossen wird, ist die Storyline rund um Han und Leias Eheschließung. Han wollte ihr jetzt die ganze Zeit über einen Antrag machen. Das war das Hauptthema vom vorigen Band. Und dieses Buch endet buchstäblich bei ihrer Hochzeit. Kurz bevor sie sich da das Ja-Wort geben. Jetzt ist natürlich die Frage, oh, ist das nicht eigentlich in Entführung nach der Elf um mir? Dreht sich das nicht um ihre Hochzeit? Richtig, tut es auch. Jedi Prince ist ja schließlich nicht Kanon innerhalb des Expanded Universe, weil sie so scheiße und verrückt sind. Sie wurden sofort rausgestrichen und von allen Autoren ignoriert. Gerechtfertigterweise. Interessanterweise haben die Autoren, das Ehepaar Davids, das diese Büchlein geschrieben hat, die haben ihre Ideen bekannt gegeben. Ja, wir haben bei Band 6 aufgehört, aber es gab eine Option, falls sie mehr machen wollten. Und der siebte Band hätte den Titel Shadow of Obi-Wan gehabt. Und der hätte sofort an den sechsten Teil angeschlossen und Han und Leias Hochzeit wäre unterbrochen worden, bevor sie was machen konnten, von den Imperialen dann. Und dazu ist sie ja natürlich nie gekommen. Also, das war Jedi Prince. Ein großer Haufen Nichts. Falls ihr das Expanded Universe nur lest, eben weil es so verknüpft ist, um sowas zu bekommen. Geschichten, die was bewirken, die miteinander verwoben sind. Könnt ihr diese Reihe komplett auslassen, weil sie eben nicht verwoben sind, weil sie nicht Kanon waren innerhalb der Kontinuität des Expanded Universe. Sie sind scheißegal. Wenn ihr sie lesen wollt, weil ihr sie vielleicht witzig finden würdet, dann greift zu. In dem Sinne sind sie durchaus in Ordnung.